Schnell! Vorwärts! In die Schlacht! Haltet durch, Männer! Haltet durch, Männer! Schlagt sie zurück! Sie sind überall! Verteidigt euch! So, du sprichst einmal weiter. Feindlicher Angriff! Jetzt haben wir es sogar geschafft, bei den Nachtmahlen zu frieren. Oh, und das da wird dann entspannen, oder? Auf mein Zeichen! Feindlicher Angriff! Sofort! Und bloß! Mir nach! Folgt mir! Sofort! Mir nach! Mir nach! Vorwärts! Für die Freiheit! Verstärkt die Deckung! Verstärkt die Deckung! Verstärkt die Deckung! Schließt die Reihen! Unverzüglich! Okay, wenn zwei Nachtmacher auf den Magier einhauen, dann ist das nicht gut. Verstärkt die Deckung! Schlagt sie zurück! Wenn wenigstens zwei der Nachtmacher... Okay, das eine ist der Schlachtenlenker. Nicht der Nachtmacher. Feindlicher Angriff! Schlagt sie zurück! 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 Auf meinem Befehl folgt mir vorwärts. Gut, solange wir die einfrieren können, ist alles in Ordnung. Schnell! Schnell! Mir nach! Schnell! Ah, hier ist die Gemeindestelle gewesen. Und los! Mir nach! Auf dem Weg! Schickt sie zum Seelenfluss! Wird sofort ausgeführt. Unverzüglich. Hier! Zum Angreif! Haltet durch, Männer! Haltet durch, Männer! Verstärkt die Deckung! Sie sind überall! Fließt die Reihen! Schlagt sie zurück! Okay, bei dem Nachtmarkt gelingt es irgendwie nicht ganz. Verstärkt die Deckung! Jetzt ist er eingefroren. Verstärkt die Deckung! Auf mein Kommando! Und los! Und verzüglich! Auf dem Weg! Auf dem Weg! Für das Licht! So, mal sehen, kriege ich die beiden ohne. Wird sofort ausgeführt. Ja, kriege ich. Zu Befehl! Ohne den da noch anzulocken. Und verzüglich! Auf meinem Befehl! Bringen wir es zu Ende! Zurück mit euch! Verstärkt die Deckung! Schlagt sie zurück! Schlagt sie zurück! Ja, bringen wir es zu Ende! Schnell! Sofort! So. An dieser Stelle speichern wir wieder mal. Aber diesmal als Let's Play Schatten Ende. Da wir jetzt wirklich kurz vor dem Ende sind. Hier, sofort! Mir nach! Bringen wir es zu Ende! Feindlicher Angriff! Schlagt sie zurück! Schließt die Reihen! Schließt die Reihen! Schließt die Reihen! Folgt mir! Vorwärts! So, dann nehme ich mal. Das Monument in Betrieb. Mal gucken, wenn ich das jetzt wieder aufgebe, sind alle meine Helden weg. Ich werde nie kapieren, warum. Weil eigentlich sollten die Heldenmonumente auch als Einheit funktionieren, außer sie haben da was kaputt gepatcht. Und deswegen beleben wir sie alle nochmal wieder. Und versuchen da die restlichen Nachtmache noch anzulocken, ohne Belial zu triggern. Und ja, da sehen wir unsere ganzen Zirkelmagier mal wieder. Da ist Iskrim, dem wir die Urne von Glamric zu verdanken haben. Da ist Reif, dem wir dieses Mal selber erweckt haben, so indirekt, dem wir die Urne besorgt haben mit seiner Asche. Da ist ein anderer Dunkel-Elf. Ja. Da ist der Zirkel. So, dann speichern wir jetzt nochmal. Auf dem Weg. Unverzüglich. Für die Rune. Verstanden. Alles klar. Achtung! Zur Ehre Aronius. Schließt die Reihen. Feindlicher Angriff. Schlagt sie zurück. Schließt die Reihen. Okay. Unverzüglich. Auf dem Weg. Alles klar. Verstanden. Schickt sie zum Seelenfluss. Zu Befehl. Auf dem Weg. Ja. Zum Angriff! Verstärkt die Deckung! Verstärkt die Deckung! Feindlicher Angriff! Genau, hau unseren Tank. Die Rune ruft. Was wünscht die Rune? Greift sie an! Zu Befehl! Was wünscht die Rune? Alles klar! Okay, wenn ich zwei hochlocken kann, das wäre... Sie sind überall! Wird sofort ausgeführt. Zur Ehre Aronius. Haltet durch, Männer! Feindliche Angriff! Das war der falsche Skill. Egal. Schlagt sie zurück! Verstärkt die Deckung! Die Rune befehlt. Haltet durch, Männer! Sie sind überall! Verstärkt die Deckung! Stehe bereit! Wird sofort ausgeführt! Verteidigt euch! Auf mein Zeichen! Schlagt sie zurück! Schlagt sie zurück! Die Rune ruft. Auf mein Kommando! Auf mein Kommando! Verteidigt euch! Auf meinem Befehl! Zur Ehre Aronius! Das war vielleicht doch etwas zu viel des Guten. Das müssen wir auch warten, bis unsere Phönix-Wächterin wieder am Leben bestanden. Zu Befehl! Unverzüglich! Wir sind der Tod! Ich werde meine Nekomanden nicht los, weil die werden jede Nacht wieder auferstehen. Auch praktisch. Die Rune tut ihr Werk. Ich lebe wieder! Auf meinem Befehl! Schnell! Gut, speichern wir noch einmal. Verstanden. Alles klar. Verstanden. Zur Ehre Aronius! Unverzüglich! Alles klar. Verstanden. Auf mein Zeichen! Zum Angreif! Schlagt sie zurück! Achtung! Auf dem Weg! Schließt die Reihen! Halte durch, Männer! Auf mein Zeichen! Schlagt sie zurück! Und los! Wir sind zu viel! Viel zu viel! Auf mein Kommando! In die Schlacht! Halte durch, Männer! Vorwärts! Ja! Mir nach! Vorwärts! Feindlicher Angriff! Ja! Vorwärts! Ja! Vorwärts! Bringen wir es zu Ende! Auf mein Kommando! Auf meinem Befehl! Verstanden! Schickt sie zum Seelenfluss! Sie sind überall! Schließt die Reihen! Mit euch! Vor allem wenn sie meine Heilerinnen schlagen! Schlagt sie zurück! Schlagt sie zurück! Bereits! Schließt die Reihen! Ja! Vorwärts! Folgt mir! Die Rune tut ihr Werk! Sofort! Ich lebe wieder! Bereit! Und los! Das ging nächstes Mal schneller! Bereit! Und los! Äh, falsche, falsche Augenbrauch! Die Rune ruf! Auf dem Weg! Alles klar! Stehe bereit! Auf mein Zeichen! Dadurch zu brechen wird echt schwierig! Da ist Belial übrigens! Und da sind die zwei Dämonentore, wo die Gegner rauskommen! Auf dem Weg! Hier! Sofort! Die Rune ruf! Verstanden! Verstanden! Auf dem Weg! Verstanden! Bereits! Sofort! Auf mein Kommando! In die Schlacht! Die Rune ruf! Halte durch, Männer! Du holst dich diesmal zurück! Wenn du mir wieder drauf gehst, dann... Schlag sie zurück! Kriege ich einen Anfall! Da ist unser Schütze draufgegangen! Der ist vertretbar! Verstärk die Deckung! Schlag sie zurück! Schließ die Reihen! Feindlicher Angriff! Feindlicher Angriff!